Moin und Willkommen bei einer neuen Runde Hunt Showdown Jetzt ist man sich alleine unterwegs Nehmen wir hier noch meine Lieblingsmap Ich habe nur einen einzelnen Boss Oh gut Oh, ich hätte es da nicht mehr auf diese Runde gehen Das ist natürlich weit weg Ich könnte dafür sorgen, dass die anderen Teams schon mal aufeinandertreffen, bevor ich ankomme Wenn ich einen kleinen taktischen Vorteil verschaffen würde Ja, direkt einen Ostern da unten Und ich kann mich jetzt gerne hier auf der Nabe Oder beendetreffen Was ist das für eine Klasse? Und dann sagen, dass er nicht mehr nicht mehr in den neuen Runde auf den neuen Runde äh, das ist nicht verbrecht etwas, wo ich auch nachgucken wollte um das Ding holen kann da oben schläuft jemand leider nicht gefühlt gesehen deswegen nicht erwischt aber die Bounty war schon ein bisschen weiter links da oben 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 auch erwischt aber wer ist hier noch jemand? ich glaube nicht, oder? ich glaube, ich ziehe mich mal direkt zurück, dass ich da ankomme, sind die hier raus ich glaube, ich ziehe mich mal hier ich glaube, ich ziehe mich mal hier oh Gott vielleicht nicht mal ein Zombie, konnte ich das gerade eben gewinnen so letzte Runde bin ich eh nur noch rausgelaufen und da ist es auch und daher einfach nochmal direkt die nächste Runde hinten dran selber Startpunkt bisschen besseres Wetter diesmal und diesmal ein zufälliges Trio aber letztlich auch wieder nur ein Boss das ist 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 die den 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 Gute, wobei die eigentlich ziemlich schlecht gewesen sein müssen, die anderen beiden. Aber ich habe so dermaßen daneben geschossen. Hier ist schon mal kein Bass, hätte ich es schon gehört. Ich habe es schon gehört. Ich habe es schon gehört. Ich habe es schon gehört. Sie sind weit entfernt, aber ich sah die Böse fliegen Da ist auch jemand, aber wieder wie gerade eben, bisschen weiter da drüben Der macht das relativ leise, das ist gut Ich brauche jetzt nur von Norden die Stelle Ja, da sind drei von ihnen Ich sehe ihn, ein Mann Die anderen können das Gegner fast auch hören, ne? Da sind wir auf der anderen Seite von diesem Compound Oh, das ist gut Der ist nicht gut Gut, ich habe mal wieder nichts getroffen Gut Gut Was ist das? Oh! Was ist das? 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 Schlecht geschossen, aber Ziel erreicht. Was ist das? 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 Der Blitz, der mit mir kommt, so die Bounty Lieber ein bisschen Abstand nehmen Ah, shit Mach's'n scheiß' Ast Okay, Das Putain No one, Cross Man Der ist Solo, der ist Solo. 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 Hallo, Mann, hallo. Get up. Ich hab ihn ein bisschen zu früh angezündet. Er hatte ja doch überlegt dann noch mal den zu looten. und da brennt er schön vor sich und so was man sozusagen da wieder aufsteht let's get out jetzt gucken ob es heute irgendwas gibt auf pause jetzt gucken ob es heute aufsteht Wauw! 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 Guck! I could do it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020